Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Murdered Soul Suspect. So, wir sind hier, ich weiß nicht, an einem Steg, in einem Hafen. So, wir wollen zur Kirche, die ist auch nicht mehr weit entfernt, 66 Meter. Ist ja nicht gerade groß, die Karte. Runter, was ist das für eine junge Dame? Wo bin ich? Was ist hier los? Ich weiß nicht mal, wie ich hierher kam. Ich will nur nach Hause. Dann helfen wir dir mal, ich versuch mal zu helfen. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas tun kann, aber du scheinst Hilfe gebrauchen zu können. Ich weiß nicht, wie ich hierher kam. Oder wo dieses hier überhaupt ist. Ich kann mich nicht erinnern, was mit mir passiert ist. Warum bin ich so? Es tut mir leid, dir das sagen zu müssen, Kleine. Aber wenn du hier bist, bist du tot. Ich wusste es. Sieh mal, mir geht es ähnlich. Ich war früher Detective. Ich werde mich mal umsehen und versuchen, etwas zu finden, das Licht in die Sache bringen kann. Ich weiß nicht mal, wo du anfangen könntest. Erinnerst du dich an irgendetwas? Egal wie unbedeutend. Manchmal ist das kleinste Detail entscheidend. Ähm, ich erinnere mich an viele Leute. Und an ein Ruderboot. Alle hatten Angst. Ich sehe immer wieder den Namen Mona Handset. Das ist dein Anfang. Mal sehen, was ich tun kann. Dann gucken wir doch mal. Fünf Hinweise. Zuerst mal das Boot. Enthüllen. Da steht etwas. Wir werden dich sehr vermissen. Du bist eine Heldin für uns alle. Heldin für uns alle. Das klingt, als verdanke ich mir mehr als nur einer das Leben. Sieht wie ein Art Denkmal aus. Mona Handset. Ich wette, die Leute haben mehr als nur das hier gelassen. Es zu finden, könnte mir helfen, alles zusammenzufügen. Das wäre weiter. Gehen wir mal lieber nicht raus. Ich weiß nicht, wie das so ist mit Schwimmen. Oh, da leuchtet was. Da ist Willi Schabin. Zeugenbeschreibung. Augen. Gerahmtes Bild. Und das? Gut. Zumindest haben wir schon mal den Weg zurück. Was ist das hier? Zeitungsticht. Das ist ihr Nachruf. Sie ist gestorben, als ihr Ruderboot kenterte und sank. Ihre Leiche wurde nie gefunden. Was hat sie in einem Ruderboot gemacht? Das wird bestimmt das hier sein. Oder auch nicht. Ruderboot, Ruderboot, Ruderboot. Was ist doch das hier? Sehr kurios. Ich muss hier bleiben. Genau hier. Hier muss irgendwas sein. Irgendwas, was ich übersehen habe. Hier ist aber auch nicht mehr. Hier ist nur dieses eine Ruderboot. Hier dieser Friedhof mit diesen ganz vielen Kreuzen. Komm, such mal einfach mal nach Antworten. Wie ist die Dame am Strand gestorben? Nein. Ah, ah. Gleich nochmal. Drei Sachen. Da hätte ich auch nie draufhört. Deshalb war sie kein Opfer. Sie war eine Heldin. Sie hat viele Leute gerettet, bevor ihr Boot sank. Sie muss wissen, wie viel sie diesen Menschen bedeutet hat. Gut. Die Dame ist wohl so eine Heldin. Hast du was gefunden? Ja. In der Tat. Wenn du dich erinnerst, Morne Hanset war ein Dampfer, der direkt vom Hafen Salims gesunken ist. Wenn du nicht gewesen wärst, wären eine Menge Leute gestorben. Du bist eine Heldin. Wenn ich alle gerettet habe, wie... bin ich dann gestorben? Ja, soffen. Nein, nein. Du hast nicht alle gerettet, aber du hast es versucht. Dein Boot es gekentert. Ich kann nicht schwimmen. Also muss ich ja trunken sein. Das erklärt so einiges. Tut mir leid. Nein. Das braucht dir nicht leid zu tun. Dank dir fühle ich statt Angst und Trauer stolz. Ich bin stolz. Wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich es nie gewusst. Ich danke dir. Aus der Tiefe meines Herzens. Ich hab gern... Immerhin. Ah! So steigen die Geister also auf. Ja, herrlich. Ah, ist das ein Pavillon? Gibt es hier auch noch was zu sehen? Gar nichts. Wenigstens kann man hier durchlaufen. Irgendwelche Secrets. Vorne ist was. Drei Sachen leuchten hier. Plakette der Piratengeschichte. Irgendwann hat mich so zum Lächeln gebracht wie du. Ist schon traurig. Na ja, dann machen wir das Beste draus, dass die sich im Jenseits wieder sehen können. Tag am Strand. Tag am Strand. Wenn du wegläufst, brauchst du eine Zuflucht. Einen Ort, an dem dich nichts Böses erreicht. Aber den Fragen kannst du nie entkommen. Sie folgen dir überall hin. Da sehe ich schon einen Toten. Da vorne liegt eine... Weiß nicht, irgendwas liegt da drauf. Ich muss doch rush finden, wo die Zeugin ist. Wir müssen den Toten mal fragen hier vorne. Besitz ergreifen. Was war das? Ich dachte, ich hätte was gehört. Sitzt er denn so nahe da? Hat der andere, ist er denn für einer? Mit dem Schuh. Das kann ich gut riechen. Hat sie das gruselig gefunden, als es ist... ...so nicht der Mann? Fand sie das genauso gruselig wie ich? Oh, nein, nein, nein. Sie wusste es nie. Wo bleibt sonst der Spaß? Ein Stalker ist es. Also hast du sie gestalkt? Ich habe sie als einziger zu schätzen gewusst. Nicht wie diese Fremden, die sie in Bars getroffen hat, diese Tiere. Deswegen musste ich sie loswerden. Ich habe es für uns getan. Scheint, als hätte sich einer von denen ziemlich gewehrt. Nein, die waren alle zu betrunken, um sich zu wehren. Es passiert, als ich sie beobachtete. Ich habe in eine Schneeverwehung zurückgesetzt und den Auspuff verstopft. Die Abgase habe ich nicht mal gerochen. Auf einmal war ich hier. Um ehrlich zu sein, das ist das Beste, was uns passieren konnte. Keine lästigen Wände mehr oder Schlösser. Jetzt kann ich sie beobachten. Jede ihrer Bewegungen. Für immer. Was macht er denn, wenn die Alte tot ist? Dieser Oma hinterher gerannt, ja herrlich. Wer ist Alan Crow? Kann man nichts machen. Ihr Gebet spricht aus, was ich denke. Es wird gefährlich da draußen mit all diesen Morden. Zumindest sind wir hier sicher. Ich denke nicht, dass sich der Mistkerl in der Nähe einer Kirche versteckt. Ich bin sicher, er pickt sich nur isolierter Opfer raus. Er würde nicht hereinkommen, oder? Was ist das da vorne, bevor ich hier weitermache? Enthüllen. Ein Versprechen, das ich nie bereut habe. Wie haben sie geheiratet? Ja gut. Oh, er hat hier mal ein Stück Zelle verloren. Ronins Widow. Wenn es da oben jemanden gibt, bitte schütze uns. Wie komme ich jetzt hier weiter? Böse Geister, aber... Ohohoho, nicht hier. Dafür so ein schönes, schwarzes Loch. Das ist ja der Pastor. Kluzifix. Was ist das? Eine Säge? Ernsthaft? Zum Aufdecken der Geschichte komme ich nicht weiter. Hier ist aber noch eine Säge. Ich muss mal kennen, was da vorne ist. Können wir dem vielleicht etwas fragen? Oder hört der? Der hört irgendwie gar nichts. Sehr gut, der dreht wieder um. So, hier finden wir wahrscheinlich nichts. Ich gehe mal da oben gucken. Oh, da sitzt einer. Hey, 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 ist okay. Geh einfach nicht zu nah ran. Ich konnte nicht mehr zusehen. Ich musste es aufhalten. Diese Hände. Sie haben meine Seele zerrissen. Meinen Geist. Es sind deine Augen. Sie kommen durch deine Augen hinein. Sie ist verrückt. Okay, okay, okay. Beruhige dich. Du redest wirres Zeug. Schhh. Was? Sie kommen dich holen. Sollen sie die Alte mal da reinschubsen? Was hat das mit den Krähen auf sich? Ein Hinweis. Und ich finde ihn nicht. Das ist noch so eine schöne Säge. Da ist auch noch was. Zettelchen. Alle guten Dinge sind zwei. Da bin ich auch nicht so gerade hilfreich. Kann man nicht spielen? Wohl auch nicht. Was ist das? Orgelwidmung. Da funkelt noch was in der Dunkelheit. Das möchte ich jetzt haben. Sofort. Sofort. Placke, das sind ja gebrannten Pfarrhauses. Ach, ich finde es nicht. So, Pastor. Sense. Möchte ich die Wand hier durchlaufen? Ne, leuchtet auch blau. Das ist Schiss. Muss hier irgendwas mit dem Pastor hier zu tun haben. Boi, jo. Drecksviecher. Fick. Ich muss da weg. Ich darf nicht so nah rangehen. Schnüren die mich zu. Das ist doch irgendwas. Das gibt's doch nicht. Nein. Falsche Taste. Und schon bin ich weg. Alles von vorne? Och, komm schon. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Gut, das wissen wir jetzt über den. Ihr Gebet spricht aus, was ich denke. So, noch mal enthüllen. Wohl habe ich schon. Geht nicht mehr. Ich muss irgendwas ist mit diesem alten Kauz. Dreh dich doch einmal umher. Nee, da werde ich nichts dran machen können. So, wie komme ich jetzt zu dem alten da vorne hin? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ich könnte doch eigentlich... Gar nichts. So, ein Schiss. Bleib stehen. Geht auch nicht. Nee, ich kann ihn auch nicht irgendwie kontrollieren. Finde heraus, wo die Zeugin ist. Ja, super. Hat doch irgendwo gequatscht. Da haben wir es schon. Enthüllen. Wo ist sie? Gab es nicht einen Hinweis zur Kirche in der Wohnung? Was ist es denn jetzt, Kirche? Pater, gibt es einen Ort, an dem ich bleiben kann? Nur für eine Weile. Oh, natürlich, Liebes. Die Kirche ist immer da, um zu helfen. Hier gibt es einen alten Dachboden. Dort kannst du bleiben. Solange du möchtest. Sie wohnt auf dem Dachboden? Den sollte ich mir ansehen. Also doch, da vorne. Ich wusste es. Soll ich mal gucken, wie wir durchkommen? Ach, jetzt saugt er auch hier vorne. Ja, gut. Komm, Johnny Sasaki. Wie nah muss ich denn angehen? Wenn sie sich beruhigt hat, frage ich sie, warum sie hier bleiben muss. Die Pastorin, die machen einen Haufen Schotter. Der Dachboden muss dort oben sein. Namushi. Folgen wir mal der Katze. Hallo? Ich weiß nicht, Angie. Brian ist ein toller Junge, aber seine Familie machen so. Naja, seine Mutter scheint... Er ist klasse. Aber sie hat mit seiner Mutter recht. Es ist so leicht, nett zu sein. Wieso können das nicht jeder? Ja, das sollte sich jeder mal angewöhnen. Oh, hier spukt es. Komm her. Zack. Tausend Fetzen. Boah, wie gut, dass ich da nicht reingelaufen bin. Das wäre es jetzt gewesen. Nein. Enthüllen. Meine Güte, diese Steuerung. Endlich. Hoch geht es auf gar keinen Fall, so wie es aussieht. Hier geht es auch nicht Roush. Muss irgendwo noch so ein... der Mentor sein. Ich glaube, ich habe gerade die einzig wahre Hexe Salems gefunden. Was? Keinen Respekt vor der Geschichte. Nichts genaueres. Ist die Lüftung genug? Ich wette, er hätte meinen Jungen gerne spielen sehen. Hält der mal die Klappe? Die erwarten exzellentes Essen unter diesen Bedingungen. Ach, was passiert denn sonst? Deswegen also die ganze Sache mit dem Weihrauch, was? Ja, wir können sie steuern. Was ist das? Moment. So, und die Alde ist nach oben gegangen. Spielen Kinder. Ah. Das nehmen wir gleich mal mit. Haben wir noch was, was wir einstecken können? Was wir räubern können? So, hier ist Schicht im Schacht. Besitzer greifen. Klettern können wir auch. Das ist schon mal gut. Was ist das? Hier ist noch so ein Segel. Muschikontrolle. Nicht die irische Familie meines Mannes, sondern meine. Geht bis auf die Pilger zurück. Wir haben uns im 17. Jahrhundert hier niedergelassen. Wir haben Thanksgiving erfunden. So, so. Hey, wir sind draußen. Perfekt. Ist doch irgendwas. Wie komme ich jetzt da hoch? Ah, okay. Muschi kann sogar klettern. Raffiniert. Das habe ich aber nicht schlecht gemacht. Das Spiel gefällt mir jetzt schon. Komm hier hoch? Nein. Wie weit muss man denn damit klettern? Raffiniert. So, wie rauskommen. Hier geht gar nichts mehr. Da leuchtet was. Ach, der ist auch schon. Da ist sie endlich. Warum finde ich nie meine Schlüssel, wenn ich los muss? Wie kann ich zu ihr durchdringen? Du, 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 du. Du hast den Glocken mal da denken lassen. Zu bestehende Zeugin? Ja. Aus, aus meinem Kopf. Verdammt. Wenn du nochmal von mir Besitz ergreifst, dann, dann... Wie, die kann ich sehen. Du hast kein Recht, deine ungeklärten Sachen bei mir abzuladen. Warte mal. Ich jage meinen Mörder, okay? Jemanden, der vor knapp einer Stunde kurz davor stand, dich anzugreifen. Und wenn... Sekunde mal. Du, du kannst mich sehen? Und hören? Na. Heilige Scheiße. Du bist ein Medium. Na, ich hab vielleicht ein Schwein, was? Ich hab grad die perfekte Helferin gefunden. Was ist nur mit euch Typen und meiner Familie? Den Cops zu helfen, ihren Job zu erledigen, ist kein, kein Privileg, sondern eine Falle. Ich bin nicht deine Informantin, Partnerin oder Freundin. Ich schulde euch nichts. Wenn überhaupt, schuldet ihr mir was. Ja, ja, schon klar. Du bist tough. Okay. Aber du bist nicht tougher als er. Du hast gesehen, wozu er fähig ist. Er ist hinter dir her oder jemandem aus deinem Umfeld. Wen auch immer er tot sehen will, der kann froh sein, noch zu leben. Ich weiß, was ich tue. Und du kannst mir helfen, ihn aufzuhalten. Du musst mir nur ein paar Fragen beantworten. Hör mal, es tut mir leid. Was mit dir passiert ist, war furchtbar. Und du hast mir das Leben gerettet. Also, was willst du? Antworten. Wir suchen Antworten. So, meine Freunde. Ich sehe aber auch leider gerade schon. Ah, leider Ender oder Spielzeit auch heute wieder. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Let's Play Murdered Soul Suspect. Es bleibt spannend. Bis morgen. Ich wusste nie genau, was sie bedeutet. Aber jetzt bin ich Angst. Wir sind alle, um zu finden. Wir sind alle, um zu finden. Wir sind alle, um zu finden. Wir sind alle, um zu helfen. Oder gehen wir uns closet. Wir sind alle, um zu finden. Und wir müssen uns zu tak mixed Vitamin. Vielen, vielen Dank. аü ven. Bis dann.